Wir bauen hier tagelang den großen Schäffen-Versenken-Pool auf und jetzt soll die Frau nicht baden gehen. Wollen wir das zulassen? Nein! Einen schönen guten Morgen hier vom Klinikum in Darmstadt. Die Ilke. Die Antwort ist richtig. N-E-P-H-R-O-L-O-G-I-E Kann man nicht meckern, ist richtig. 47. 47,5. Nein, ist nicht... Also 47 können wir nicht gelten lassen. Die Nadine hat drei, die Andrea hat drei. Diese Antwort ist richtig. Die schätzt 45. Oh nein. Das sind genau 45. Möchtest du dich trotzdem opfern für deine Station, für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich mache für mein Team alles und deshalb gehe ich natürlich freiwillig baden. Ja! 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Wuuuuhuu! Wuuuuhuu. Wuuuuhuuu! Vielen Dank.